Moin Moin und Willkommen zurück zu Let's Play. Ich wollte mir Pokémon sagen. Ja, Pokémon, genau. Das hier ist jetzt Pokémon. Die Pokémon, die wir dabei haben, heißen, wie man das schön so ganz klein auf dem oberen Bildschirm sehen kann. Laytonon? Nein, mir fällt nichts ein. Okay, scheiß drauf. Willkommen zurück zu Layton. Äh, wir sind wieder mal auf dem Markt, um jemanden zu suchen. Komisch, hatten wir noch gar nicht in diesem Spiel. Was kann ich für euch tun? Hast du vielleicht einen alten Mann gesehen mit einem weißen Marken? Ich habe mich gerade kurz gewundert, warum einer Mäh entsteht, bis mir auch viel Hafe. Vielleicht soll ich die Maus von dem Wort runternehmen. Wow. Ich bin heute so ein kleines bisschen neben der Spur, habe ich das Gefühl. Äh, obendran habe ich einen Koffeinschock, weil ich mir vorhin einen Kaffee gemacht habe, der irgendwie minimal zu stark war. Seid vorsichtig mit Kaffee, das Zeug kann gefährlich sein. Ähm, scheiß drauf. Äh, Greenlee. Wie ist das nun? Ah, ist das der Pflanznalli, ne? Ja, ja, klar. Offensichtlicher Name eigentlich. Ist dir vielleicht sonst etwas Seltsames aufgefallen auf dem Marktplatz? Äh, nicht wirklich. Ich kann mich nur an einen Jungen erinnern, der wie ein Wahnsinniger eingekauft hat. Er kam mir hin und sagte, ich nehme alles. Ich kaufe den scheiß Marktplatz. Ein Junge, seltsam. Dann hat sich Shames jedoch noch nicht blicken lassen. Hm. Mysteriös. Bitte, jemand hat all die Zuckerwaren von Dante Doffy Süßigkeiten statt abgekauft? Aaaaaaah! Rage! Ich werde zum Hulk! Rage! 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 beordnet. Sieht ihr genau an und entscheidet dann, welche Karate die Position 26 haben möchte. Immer plus 3. Sehe ich jetzt schon. Ass ist die 1. 4, 7, 10. Bube, Dame, König. Ass 2, 3. Gut. Und ich nehme mal an, Karo, Kreuz, Herz, Pi. Karo, Kreuz, Herz, Pi, ja. Gut. Da sind 14 Karten hier unten. Die 15. Ich versuche das jetzt wirklich... Scheiß drauf. Wo ist es? Das ist mir jetzt gerade zum Bild. Wo ist die Zettel? Ich hasse diese Notizfunktion. Mit der Maus ist die halt komplett nutzlos. Collegeblock. Kugelschreiber. Autsch. Mikrofon schnell da treten. Au. Das tat weh. So, Karte 15 ist demnach die Herz 4. Achso, es geht von vorne los, mache ich gerade. Okay. Herz 4. Dieses Herz sieht irgendwie aus wie ein Dreieck. Ähm, Moment mal. Es ist einfach. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 27. Ein Bube. Das bedeutet ... das ist auf jeden Fall ein Bube dann Herz Pik 17 Karo 18, Kreuz 19 Herz 20 Pik 21, Karo 22 Kreuz 23 Herz 24 Karo Bube sollte es sein doch, ja eine fordernde Aufgabe, ohne Zweifel oder auch nicht warum nicht, ich hab den Scheiß doch falsch abgezählt oder was 26. Karte 14 15, 16, 17 18, 19, 20, 20, 20 ne, 26 ich komm auf den Buben das bedeutet, die 15. ist ne Herzkarte doch jetzt hab ich nochmal ne Akte komm auf Kreuz gut, dann werden die Kreuzbuben hoffentlich hab ich mich hier wohl verzählt kein Rätsel ohne Lösung gut ich hätte jetzt wirklich alles aufgeschrieben wenn ich nicht gemerkt hätte, dass das alles schon so auf die Reihe passt das Abzählen geht halt hier deutlich einfacher als das Aufschreiben ja ok ein neues Aquarium sehr gut, ein neues Aquarium an dem ich verkacken kann ups ist dein Freund von dir irgendwas mit dem Jungen aus Hayatil ich hab's erstmal geskippt ich meine ich meine reiche Belga den ziehe ich bei unseren Auktionen nur das Geld aus der Tasche kommt es oft vor dass Kinder zu Auktionen kommen oder weiter verstehe naja der Kleine hat neben Süßigkeiten auch noch Lebensmittel und Haushaltskram eingekauft eine ganze Menge davon immer wenn er herkommt deckt er sich mit allem ein würde mich jetzt interessieren wie oft er denn herkommt ich meine wenn er jetzt nur einmal im Monat vorbeikommt dann ist es wohl offensichtlich dass er sich damit eindeckt weil er scheinbar nur einmal im Monat einkaufen geht dann würde ich mich auch extrem mit Lebensmitteln eindecken und gleich dass man das ganze Heiko lagern muss und kühlen wahrscheinlich was hier aus der Info macht ist euer Ding aber denkt daran der Schein drückt oft das ist wohl das Motto des schwarzen Raben oder? unseren Namen soll auch nicht äh unseren Namen soll doch nicht jeder unter die Nase gerieben bekommen wir sind hier mitten in eurem Nest ist auch scheißegal das versteht sich von selbst danke für die hilfreiche Information Crowe war sie das? naja Hauptsache ihr seid damit zufrieden wir haben nichts erfahren und Seamus ist uns auch entwischt und jetzt? ich für meinen Teil glaube schon dass wir neue Erkenntnisse gewinnen konnten und wenn ich mich nicht täusche wird sich in dieser Stadt schon bald etwas Wichtiges Ereignen ich weiß jetzt nicht wieso du darauf kommst aber kehre in die Stadt zurück alle Rohrleitungen sind geplatzt die Scheiße steht überall die Kanalisation läuft über verdammt wäre wichtig wäre nur nicht schön so bin wieder in der Stadt ah hier war ein Daten da drüben was ist das? ich bin auch nicht sicher bewegen wir uns gen Osten und finden es raus gen Osten gen Westen gen Italien wir suchen den Osten der Stadt da kommen wir nicht hin warum? da steht eine Mauer alter Witz sehr alt Professor was haben achso ich dachte es ist der Luke was haben Sie? ah ja scheiß Vandalen haben schon wieder eine Wand angesprayt das Hexenmal es taucht stets dann auf wenn jemand missbilligend von Ariana spricht das Hexenmal Frage was bringt das? also das das klingt so nach yo wenn jemand mal sagt ey Ariana ist voll scheiße dann kommt da irgendwie jemand vorbei sprayt das Hexenmal an die Wand und dann? ich mein hat das irgendeinen Einfluss? das wäre jetzt die interessantere Information für mich genau wie ich annahm hey dude what's up so jetzt an einer bitte beruhigen Sie sich es handelt sich nur um einen dummen Jungenstreich what the fuck das ist ein Wort? tief einatmen und aus sorry bin irgendwie eingeschlafen und jetzt schauen wir uns mal diese Kritzelei hier an einatmen ausatmen einatmen nein danke und jetzt ey komm ist gut deine Atemübung kürze später machen Kollege alles in Ordnung bei Ihnen Herr Polizist alles bestens nur ein wenig schwindeliger wenn du so überventilierst kein Wunder es ist alles also was haben wir hier hast du was zu sagen? seht euch das Haus da an die Leute haben übel von äh über die Bartfamilie geredet der zieht man sofort typisch als Bart noch Herr über das Land war hielten alle still und jetzt das ist aber noch lange kein Grund das arme Mädchen mit unhaltbaren Anschuldigungen zu belasten belästigen was aber da stand ich bin ganz seiner Meinung also ich habe schon wozu die Schwarzblende ich glaube der Lösung unseres kleinen Mysteriums ich glaube der Lösung unseres kleinen Mysteriums hier auf die Spur gekommen zu sein na ja gut wirklich Professor Leighton? mhm nö lass lieber noch weitersuchen lassen wir die Ergebnisse seit dem Besuch in Bart's Villa Revue passieren ich bin heute echt zu blöd zum Lesen äh vielleicht mache ich gleich Aufnahmepause und mache morgen weiter das funktioniert irgendwie so nicht wieso haben wir uns auf die Suche nach Seamus begeben? äh 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 liebe wir stehen halt auf Seamus ey komm ganz ehrlich was sagt der dabei? wir folgen Seamus weil er uns hoffnungslos den Kopf verdreht hat also das war wieder Emmy gut äh 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 das ist einfach ne geile Antwort äh sein Bart ist fraglos überaus stattlich solch ein Bart ist ein lang gehegter Wunsch meinerseits Nathan da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten entweder funktionieren die Hormone bei dir nicht so gut dass du dir einen Bart wachsen lassen könntest oder du rasierst dich zu oft denn dein Kinn ist glatt aber das tut hier nichts zur Sache Emmy und jetzt bitte um ein wenig mehr Konzentration ich versuche das einfach nochmal zu sagen aber er wird halt das gleich nochmal sagen äh von Ariannas Ruf retten oder Ariannas Freundschaft irgendwie so beides bisschen ich meine wir hoffen ja irgendwie dass Arianna sich uns öffnet wenn ähm wir ihren Ruf retten was man vielleicht mit Freundschaft so nein nicht gleichsetzen aber scheiß drauf nimm mal den Ruf retten wir folgen Shamus weil wir Ariannas guten Ruf in der Stadt wiederherstellen wollen exakt folgen und richtig wenn wir beweisen dass Arianna keine Hexe ist hilft sie uns womöglich da Shamus der einzige und letzte Host-Tiner ist kann er uns vielleicht mit Infos versorgen leider haben wir auf unserem Weg Shamus Spur verloren selbst der Hinweis dass er mit dem Boot zum Markt gefahren sei hat uns nicht weitergeholfen jetzt muss ich eine wichtige Frage darzustellen hält das Boot überhaupt am Markt es gibt eine Bootshaltestelle oben da in dem reichen Viertel und eine unten vor Lukes Haus am Markt selbst gibt es keine also vielleicht waren wir quasi einfach wirklich vor ihm am Markt möglich wär's denn dort war ja nicht aufzufinden trotzdem haben wir nützliche Fakten erhalten man hat eine Person beobachtet die für unsere Suche von größter Bedeutung ist Greenly mit grüner Brille natürlich was denn auch sonst es ist nicht easy being green ein Junge aus Hyattil Clarence wer ist Clarence wer ist Clarence wer ist Clarence wer ist Clarence meinen Sie den Jungen aus Hyattil und erzählte uns er würde dort einkaufen ganz richtig Crow berichtete von einem Jungen der Besorgung machte und sich mit Tante Toffees Süßigkeiten eindeckte denken Sie der Süßkram hat was mit unseren Ermittlungen zu tun das nehme ich an ja außer dem Hexensymbol was ist noch auffällig liegt denn nicht etwas unterhalb des Hexenmals oder etwas daneben ein Pinsel ein Eimer voll mit Fischen ich will die dumme Antwort einfach austesten na klar ein Eimer mit Fischen ich wusste dass hier was ganz nicht ganz koscher riecht die Falschantworten geben hat so viel mehr Spaß leider bin ich mir sicher dass die Fische alle ganz ordnungsgemäß in den Kanälen schwimmen Emi der wertvollste Hinweis liegt ganz offen vor Ihnen echt ja aber da steht doch ein Eimer Fische da steht oh da steht wirklich ein Eimer Fische das wäre doch das Beste wenn der das Bild nochmal nimmt wo die Bonbons zu sehen waren man zoomt ein Stück raus oh das steht echt na einmal Fische dann hätte ich aber auch ein paar Fragen aber natürlich da liegt ein Bonbonpapier auf dem Boden präzise Emi wem könnte dieses Papier gehören äh praktisch jedem Kind in der Stadt vielleicht mit Ausnahme von Luke weil der war die ganze Zeit bei uns ja und jedes andere Kind hätte dieses Bonbon auch mit sich rumtragen können weil es das gekauft haben könnte bevor Toffis Stand geräumt wurde von dem Jungen vielleicht hat auch jemand sich weiß nicht ein paar Bonbons gekauft und ist sie über die Woche verteilt kann ja auch sein dann legt man sich halt ein Vorrat an genau das dürfte wohl passiert sein das Bonbon Papier würde in diesem Fall wohl von ihm stammen aus dem Hinweis halte ich für ein bisschen fragwürdig weil es halt tatsächlich einfach jedes Kind sein könnte Professor was wollen Sie nervig ich ich weiß nicht ja tach 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 Bucky ich wollte ich wollte gerade zu dir das heißt aber nicht dass du mehr auflauern musst ah es gibt also einige hier das ist interessant wir kennen schon drei Stück davon das ist auch okay wusste nicht dass du North Alley auch einer ist habe ich vergessen aber gut das macht es ein bisschen angenehmer weil wir mussten den ganzen Weg zurück zum Beispiel laufen weil Bucky ja weg war weil ja Seamus mit ihm gefahren ist aber das finde ich ein bisschen nervig dass du halt hier hin und her rennen musst zur Villa Bad zurück zum Markt wo wir vorher waren jetzt wieder zur Villa ach komm schon Laufwege braucht man nicht so viele das hier mit am Seeufer das ist sicher Ariana lass uns hinüber gehen damit wir bald all diesem Nebel besser sehen okay die einzige Map die falsch ist der einzige Screen der falsch ist lieber im Port beenden sollen aber egal dann machen wir es heute noch nein wirklich nicht die ich nicht die die unheil sechs ist eine scharade wenn auch eine klug inszenierte und sie soll dir nicht schaden sondern dich schützen Was meinen Sie damit? Mich schützen? Hm. Und von alledem wusstest du natürlich nichts. Habe ich recht? Was? Dein Beschützer wollte dir nichts Böses. Hinter der Unheilshexe steckt niemand anderes als... Hm? Du, mein junger Freund. Oh, ich dachte, ich nehme jetzt mir dieses Klischee auf und mit dem Finger auf ihn zeigen, was sie in den anderen Spielen immer gemacht haben. Was wahrscheinlich hier auch noch vorkommen wird. Am Ende. Fast schade, dass es nicht kommt. Es ist so fast schon lächerlich, wie Leighton das halt immer macht, aber irgendwie halt auch witzig. Der Hexenfluch. Ariana, du weißt doch, dass jeden Schlimmes ereilt, der übel über dich spricht, oder? Hinter dem Fluch steckt mitnichten ein unergründliches Mysterium. Bloß ein wenig Planung und Hingabe. Was meinen Sie? Seamus führte Buch darüber, wer sich der üble Nachrede über dich schuldig machte. Und die Häuser jener Personen hat er dann heimlich mit dem Hexenmahl versehen. Auch da stellen wir uns ganz witzig vor, dass Seamus ein Tagebuch hat. Liebes Tagebuch, ich habe heute erfahren, dass die Hilda irgendwie böse über Ariana gesprochen hat. Der werde ich demnächst das Haus vollschmieren. Hab schon mal neue Spraydosen gekauft. Die Bürger wussten mit diesem Phänomen natürlich nichts anzufangen. Und so entstand das Gerücht des Hexenfluchs. Und alle begannen, dich zu fürchten. Seamus ist verantwortlich für den Hexenfluch. Ist das wahr? Seamus, sie wollten Ariana damit vielleicht nur helfen. Aber das war einfach nur kindisch von ihnen. Aber Emi, dafür gibt es einen sehr guten Grund. Welchen denn? Seamus, wieso zeigst du uns nicht, wer du wirklich bist? Fische Maske wollte die her. Tony? Alle haben sogar meine Sachen über Ariana gesagt. Tony! Was hast du getan? Professor, wie sind sie dahinter gekommen? Vor kurzem sind wir auf ein Foto von Ariana und einem Jungen gestoßen. Dieser war zwar nirgendwo in der Villa zu finden, doch war es sehr offensichtlich, dass er dort lebte. Auch hier möchte ich darauf mal kurz anmerken, dass der einzige Hinweis, dass dort noch ein Junge lebte, das Spielzeug war. Was meiner Ansicht nach nicht gerade zwanghaft Jungen-Spielzeug war. Also, naja. Verzeihen Sie meinem Bruder. Er muss viel Böses angerichtet haben. Ach. Oh, gute Frage. Irgendwie so Graffiti. Was für eine Straftat wäre das? Klingt das irgendwie unter Vandalismus oder was? Oder einfach nur... Ihr habt keine Ahnung. Und dabei wollen wir nur, dass man uns in Ruhe lässt. Oh. Wir suchen nach der Flöte des Phantoms, Ariana. Könnt ihr uns da helfen? Euer Vater hatte sie auf dem Rabenmarkt in der Stadt ersteigert. Die Flöte des Phantoms. Darüber weiß ich nichts. Ariana, bitte. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Was weißt du denn, wie ich mich fühle? Beruhige dich doch, Ariana. Moment mal, war ihre Stimme gerade irgendwie dumfer als vorher? Ich sagte es bereits. Ja. Über diese Flöte weiß ich gar nichts. Und jetzt geht. Aber wir... Wir wollten doch nur... Sie verbirgt etwas, Professor. Gar kein Zweifel. Na gut, Ariana. Wenn du es so willst, dann gehen wir. Wirklich? Ja, Emi. Es ist besser, wenn wir uns fürs Erste zurückziehen. Taktischer Rückzug ist keine Schande. Arianas Fluch war das Werk ihres Bruders Tony, der das Haus eines Jäden mit dem Hexenmaul zeichnete. Ich weiß auch nicht, warum es so spricht. Der schlecht über Ariana sprach. Tony bemerkte nicht, dass den Stadtbewohnern schlicht das Wohl der Geschwister am Herzen lag. Da quasi kaum ein Stadtbewohner wirklich über sie spricht. Keine Ahnung. Gut. Nachdem ich mich über den Park wieder grandios überzogen habe, was ich in diesem Spiel irgendwie gerne mache, wie mir scheint. Können wir vor heute erstmal Feierabend machen. Und ich mach mir einen Tee oder sowas. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.